Oh, hallo ihr Süßen. Könnt ihr der armen Grafikkure einen kleinen Gefallen tun? Der Eduard Laser hat nämlich bei seinem letzten Termin seine Muckis bei mir vergessen. Wenn ihr sie ihm vorbeibringt, dann werde ich euch reich entlohnen. Ciao, ciao! Ah, viel besser. Ein Eduard Laser ohne Muckis ist wie Eduard Laser ohne Freiheit. Und Freiheit ist mir wichtig. Ruft mich, wann immer ihr mich braucht. Auf, auf! Und da vorne! Du schlecht animiertes Ding. Ich mach aus dir Gehacktes. Laser Kick! Ah, meine Kniescheibe! Laserschelle! Oh nein! Nein, das ist mein Ende. Jetzt werde ich nie mehr die deutsch-synchronisierte 17. Staffel von South Park sehen können, die ab dem 23. März um 22 Uhr auf Comedy Central startet. Und auch die zeitgleich startendes Hauspark-App für iOS und Android werde ich nicht benutzen können. Dabei wollte ich doch noch Werbesprecher werden. Ihr habt Buddy getötet! Ihr Schweine! Hin na stimme. Der題 geht Kirchkirchen, woher heb ich mich Du meinst so weit anders sagen. Okay, bin ich heute E Squire. Dené! Da gab es yellt, was ich anger.